moin leute herzlich willkommen zu einem weiteren neuen video auf unserem kanal angeln oder nichts und heute ist das zweite video von unserem kanal wir gehen heute wieder angeln diesmal auf forellen und ich wollte mich noch mal bedanken das video kam übelst gut bei euch an und deswegen kommt jetzt nach einer woche auch schon das nächste video ich hoffe dass es euch im zeitraum nicht zu lange ist da wir ja auch noch andere sachen so zu tun haben aber auf jeden fall habe ich sehr sehr bock auf forellen angel zu gehen ich werde jetzt in fünf minuten gleich abgeholt dann geht es los und ich hoffe heute fangen wir mal was denn ich habe keine lust noch mal ohne fisch nach hause zu gehen also wir sehen uns dann am wasser und bis dann so jetzt am wasser angekommen überall ringer auf dem wasser fisch haben hunger übelst geil das heißt die angeln jetzt schnell bereit machen und dann loslegen und hoffentlich ein fisch rausholen eigentlich sehr sehr geile landschaft hier Leute wir haben frisch jetzt erst mal der kascher schnell ist ja weil Geil. Bis weiter wo? Hast du ihn? Ja. Nice. Ja, naja, Baby. Gut, ist schon ab. Hast du ihn schon freigelassen? Darfst du ihn nicht freilassen? Ja, muss man. Ja, erst gucken. Das ist nur ein kleiner. Der Tein ist 20 cm. Geil. Erster. Erster Wurf um den Fisch. Wie gut ist es gleich? Na was? Sehr, sehr geil, Leute. Das heißt, hier gibt es was. Und hier gibt es hoffentlich noch viel mehr. Lass es mal sehen. Wir sehen uns beim nächsten Heignis, Leute. Bis gleich. Kurz Zeit später, der nächste Fisch. Auch ein kleiner. Aber wir gucken weiter. Vielleicht kommt noch etwas Größeres, ja? Na, perfekt. Komm raus, kleiner. So. Fahrrad. Komm raus. Vielen Dank. Unterher macht kein Filet. So Leute, damit sind wir wieder angekommen zu Hause. Es war ein sehr, sehr geiler Tag. Haben wirklich auch zwei Fische gefangen, live auf Kamera. Und mussten sie leider wieder fallen lassen, weil sie zu klein waren. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Sonst hätten wir wahrscheinlich die noch zubereitet. Und dazu auch Videos, noch ein Video gemacht. Nichtsdestotrotz hat es wirklich mega Spaß gemacht. Auch wenn die Schnur sich das eine oder andere mal verheddert hat, dies, das. Ich blende euch dann hier noch ein Bild ein, mit was für Ködern wir die beiden Fische gefangen haben. Und ja. Nichtsdestotrotz war es wirklich ein sehr, sehr schöner Tag. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich wünsche jetzt euch auch noch einen wunderbaren Tag, Abend. Oder wann auch immer ihr das Video halt schaut. Und bis dahin, eure Angeln oder Nichts Crew und ciao.